Europameister Schweiz! Jeden hohen Flug Wir hatten so das Gefühl, dass uns gar niemand schlagen kann. Ja! Endet einmal auf dem Boden. Vielleicht war ich ein guter Fussballer, aber ich traf nicht immer die richtige Entscheidung. Wie meistert der Europameister ihr neues Leben? Du kannst doch nicht ohne Fussball. Aber für mich stimmt es so. Der zweiteiler über Traum und Triumph. Das war eigentlich ein Abenteuer. SRF Heimatland. Wir sind Helden gewesen. Dunstet 5 ab 9. SRF 1.